Hallo Leute und herzlich willkommen to the forest, zusammen mit Iskabi! Oh, die Knochen sind gedroppt. Okay, die nehmen wir uns gleich. Ich kann keine mitnehmen. Ich bin auch schon cool. Kann ich vielleicht liegen was Kraft? Du kannst hier noch Dingsrüstung machen, Knochenrüstung. Ja, das passt. Ich glaube, soll ich die anziehen? Nee, ich behalte die mir nicht an. Also ich ziehe die nur an, wenn das wirklich Notfall ist. Ja, okay, so. Da habe ich ungefähr alle Knochen, die, glaube ich, hier lagen. Okay, nee, hier war ich noch nie. Nee, hier war ich noch nie. Ich glaube eben schon, weil ich kann mich an so eine Wande erinnern. Okay, ich glaube, ich war hier doch nicht. Das sieht komplett anders aus. Das sieht da riesig. Was ist das denn? Okay, hier könnten wir runter. Ich glaube, wir gehen erstmal weiter, oder? Boah, nee, komm, die Lappen zuerst runter geht. Aber dort geht es doch bestimmt auch noch weiter. Geht es hier noch weiter? Aber ich denke mal, der Bogen ist wahrscheinlich unten, oder? Okay, ja, dann gehen wir erstmal runter. Boah, Alter, bin ich erschrocken. Aber das ist auch geil, hier ist auch noch Medizin. Auch noch einstreichen, hier liegt. Boah, alles. Können wir das ja auch alles bringen? Das sieht so aus. Ich habe einen Pinsel. Ja, ich auch. Direkt einfärben. Aber ich muss danach kurz was trinken. Ich muss auch trinken. Wie tief geht das runter hier? Ich glaube, unten ist ein Mutant. Also ich weiß nicht, aber ich denke mir. Ja, vermutlich. Weil diese Stelle kommt mir trotzdem ziemlich bekannt vor. Nee, jetzt nicht mehr. Warte, ich trink kurz was. Boah, nee, jetzt müssen wir noch rüber klettern. Ja, ich habe ja auch noch. Ja, wir haben hier unsere Dings. Das ist ein Problem. Ja, trotzdem. Ich will nicht klettern. Oh, wow. Das war übel knapp. Hier kommst du? Ja. Ja, da unten ist safe der Bogen halt. Ja, ich vermute auch. Uns wäre das hier nicht so krass gemacht. What, jetzt geht der nochmal richtig tief? Ja, und jetzt? Oh, hier drüben ist eine Kletterwand. Hä, runterspringen? Oh, wir müssen, glaube ich, Seitenwechseln hier oben. Weil ich guck mal, hier drüben ist wieder eine Zeit. Gll ich mal runterspringen? Nee, diga, das überlebt du noch nicht. Ist da unten Wasser? Nee, ist nicht so. Ja, und wie wollen wir denn jetzt darüber? Ja, da drüben ist ein Seil. Ich glaube, wir müssen hier nochmal hoch und dann rundum laufen. Oh, halt dem nächsten, wo das geht. Lass. ja wirklich über die runde gekommen für nix weil wir müssen noch eins wo an die warte hier ist ja die kletterwand wir können hier rüber da war sie wieder nicht gekommen oder bin gerade ich bin komplett irritiert nee hier geht es runter guck ich hoffe diesmal ist keine verarsche jetzt habe ich hunger mein gott ich habe auch wieder gar keine noch einen fuß habe ich glaube jetzt sind wir unten ja können wir doch mal einen lagerfall machen ja komm lass aber erst mal machen wir haben es wird kann ich aber das macht er ich nie kann er wird kann die wahl umjahr das heißt aber dass ziemlich sicher hier und das ist der schon aber ich bin fast froh auch abgült wenn die Wälder immer rum oder der einstieg ist wieder auf der so angekoppelt ist wirst du denn hin hat er auch ein paar Baby um ein Gott hat er bis da oben oh lol oh ja ich habe wie er so ausgesehen hat meine hier mal irgendwas kann ich jetzt eigentlich von denen einen Kopf mitnehmen äh ne ich hab was weil wir haben ich kaufe den kleinen Arm für Essen ach so hier ich hab was ich glaube ich nehme besser auch mal noch ein bisschen Fleisch mit aber ich will die Schenkel Achtung nein fuck die Küse sind die ist verbannt ne die sind noch so neun ne ich glaub nicht ok machen wir kurz in Folge ich hab keine Stöcke mehr ich auch nicht haha oh ne ohhh ich wäre hungere ey wenn ich jetzt am Hunger sterbe dann war's das rassig aus ich hätte nur Notfall hätte ich noch ein Fleisch für dich ja du aber ich hab gar nichts mehr ja weil kann ich das nicht trocken jetzt weil ich kann es doch equipen und jetzt kann ich doch trocken ja guck ja nice danke ich hab Essen okay ich nehme hier nochmal alle Knochen mit so wie ich fragen kann ja jetzt komm weiter geht's vielleicht finden wir noch Stöcker das gibt's ja manchmal in den Höhlen ok ich glaube jetzt kommt dann ein Boss und dann gibt's den Bogen ich auch ey ja ja guck jetzt Stöcker wow nehm mit ok oh ne warum müssen wir so klettern ich versteh das es geht halt auch wieder so weit runter oh Gott ist das eng hier also was da vorne was denn hier da geht einfach äh können wir durch ein bisschen aufsprengen vielleicht das ein Bild oh Gott da kann man auch so um die Scheiße oh das wollen wir mal schießen dynamit das ist jemand geht das auch auf der Schöne ist ja halt kein Dynamitzeichen schießt durch das Loch schießt durch das Loch schießt durch das Loch schießt durch das Loch probier mal das ist vielleicht irgendwo aber es ist halt kein Dynamitzeichen dann geht das ja komm wir gehen erstmal runter ja ok warte da ist noch äh Sauerstoffflasche ja ich hab sie schon genommen ah ich kann gar nicht mehr mitnehmen hm dann wechsel ich's dann noch kurz müssen wir jetzt tauchen oder hier geht's halt auch nochmal weiter ja warte kurz ach man ich muss nochmal hoch ich guck ich guck mal ob ich guck mal ob man tauchen muss nehm warum muss man nicht tauchen ich kann hier juss ich empfde weiterlaufen wahrscheinlich wo bist du denn ja ich komm gleich runter ich würde noch kurz was gucken okay hier kann man tauchen oder was wie oder was hab ich denn Flair Munition mehr ok hier sind Hände lass uns mal kurz speichern ja äh ich kann hier nicht speichern ah doch jetzt gut ist gespeichern äh lass nochmal hier kurz Lagerfeuer ah ne bringt nichts bringt nichts ich bin ja schon voll also ich bin full halt ja ich auch fast okidoki wow oh Gott alter mir erschreckt aber ist gut ich kann jetzt auch wieder schlagen mit meinem Ding Alter was bist du für ein wo hier was was geht nochmal wieder alles ich würde immer alles anzünden ja ich mir funktioniert das halt irgendwie nicht ja ich bei dir funktioniert es nicht können wir hier was aufsprengen ne ok ich hab mir noch mal ein bisschen Zeug gecraftet was gehts heute nicht mehr weiter doch doch aber kurz geguckt achso du kannst schon alle mitnehmen ich ich mach noch mal eine Rüstung ich hab ja auch noch ein paar mitgenommen hier sind noch Medizin oh geil oh sehr geil oh nein wirklich Snacks ja Snacks hatte ich sie auch am Boden oh geil wo hier in der Ecke also bei mir hat es Snacks ich hab jetzt schon wieder Zähne alles klar aber so da hab ich noch ein bisschen mehr ja bei mir gab es gar keine Snacks okay wo ich wieder so ein Dings so ein Tor so ein Tor oh ne oh ne 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 ich glaub da ist das nicht wo man mit nem Loch wo wir mit nem Loch geschaut haben kann das sein weil oh Gott oh Gott okay wie ich muss anzünden ich muss meine Feuerwehr achten oh Gott oh Gott das kann ich nicht durch lass mich erstmal hinten da brennt er oh Gott oh oh durch hinten ich mach mir den Eis gerade fertig hab gefinished hab gefinished hab gefinished ja da hinten ist das große Ding ja aber das ist ganz komisch irgendwie der tut nicht okay lass dir aber auch wieder anzünden würde ich sagen ja aber geht das hier im Wasser? ja ja safe das ist the forest das ist the forest oh 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 shit nimm die Leichen 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 ich bin nicht durch da ist zu groß ich hab trotzdem ein bisschen Angst egal ich würde die Jungen drauf einfach die an alles schon ist nicht ist zu dunkel hier drin was ist das? hä? was ist das? was ist ne Leiche ok ah ich dachte was hab ich in der Hand ah oh ok ich glaube es sind alle oder? oh Gott Achtung Babys 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 Baby aber so ja scheiße jetzt können wir wahrscheinlich keine Molotovs verwenden ja aber ich glaube es sollen wir mit den Pfeilen eigentlich schaffen ja also ich hab jetzt aktuell noch 25 Pfeile das reicht ich hab noch 17 aber ich kann mir vielleicht noch ein paar craften ja ich kann noch ein paar craften craften dann kann ich aber dann müsste ich die Stöcke opfern ja das findest du als weh ja das findest du als weh ja 22 soll dann nicht reichen denke ich mal alter mein Charakter ist einmal mal versucht als Feuerzeug anzuziehen komm wir gehen mal ich glaub man kann hier vorne jetzt dann ähm hoch da also ein bisschen wisst ihr weißt das haben wir hier so ein bisschen Prozent Überblick Prozent Überblick dann ja weißt das haben wir hier so ein bisschen weißt das kann es uns nicht schaden okay wie soll ich jetzt dort hochkommen ja ich denke es ab okay oh das sind zwei oh Gott sollen wir was ist denn das ich glaube das sind jetzt eben die starken Spinnen ne 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 ich bin blau also die stand also die gibt es glaube ich du auch noch gar nicht die kommen erst ähm nachterst äh ach so wo 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 ja jetzt bin weg oh shit alter ich zieh mich zurück ich zieh mich zurück nee ich bin zuerst runtergefallen ja ich muss mich trotzdem verteilen also die können irgendwie so ganz komisch springen dann war ich wer hier mal kurz eine Flair ich singe wie Nick fuck wie geht das so scheiße ich hab das schon ewig keine Flärme ja der eine ist fast tot ein wow das hat ja viel gemacht ja im Waterkanze glaub ich gar nicht oh eine ist tot eine ist tot und der zweite oh da alter wie creep das aussieht okay sie sind tot die dann ähm ja tot oh Gott wie viele babies ist also erstmal kurz die Babys töten ja ja wo 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 er war doch hä hä wie aufgestanden ja alter oh Gott nein ich bin tot ne erster ach ne ne Janik ziemlich scheiße jetzt scheiße alter ne tot ist tot aber von wo denn auch alter ich fang mich einfach an zu schreien ey das ist so scheiße in der Höhle ach du ach du Babys ach du Babys ach du Babys ficken mich dann wird gerade wieder tot ey ich hab geblockt ja ich weiß nicht es ist so bucky ne ne die Babys können auch durch das blocken einfach alter alter ist das scheiße man und was ist hier los ich seh nix ich hör alles irgendwie Babys springen mich die Galle alter schon wieder guck mal wie viele hä das denken wir vorne so alter ähm okay warte mal das ist eigentlich auch gerade eine gute Zeit für eine Folge ich würde sagen was hier in dieser Höhle sich noch verbirgt sehen wir in der nächsten Folge das war's mit dieser Folge The Forest schaut unbedingt bei Jitsgami vorbei oberster Link in der Videobeschreibung das war's mit dieser Folge The Forest bis zum nächsten mal Leute tschau tschau b b b b b Untertitelung des ZDF, 2020